Ich nehme das sehr positiv auf, weil die Charakteristiken seiner Spielweise wird diesem Bild entsprechen, weil er viel Gas gibt und auch die gegnerischen Spieler kaputt macht. Und wenn das Image als Monster vorgezeichnet wird, dann er freut sich, weil das ist, was er auf dem Feld zeigen will. Also das Wichtigste ist, dass er diesen Namen wieder hier in Deutschland bestätigen kann. Vielleicht bin ich ein höflicher und scheuer Mensch, aber meine Aufgabe, meine Arbeit liegt auf dem Feld und ich will das mit viel Spaß und ich will alles geben. Deswegen, die Umsetzung ist mir noch nie schwergefallen und ich finde es sehr gut, dass die Leute das sehr positiv aufnehmen. Aber wie gesagt, ich will ein Leader werden auf dem Platz, vielleicht außerhalb des Randes nicht, aber auf dem Platz will ich ein Leader werden und kämpfen. Er hat Ihnen über meine Stärke erzählt, warum ich zum FC Bayern passen würde. Darüber haben wir lange unterhalten. Wie gesagt, wenn er mit der Dreierkette spielen will, dann spiele ich in der Dreierkette. Wenn er sagt, wir spielen in der Viererkette, ich spiele in der Viererkette. Wenn er sagt, ich soll rechts spielen, dann spiele ich rechts. Wenn er sagt, ich soll links spielen, dann spiele ich links. Ich hab listening. Tschüss, rains aber du wieder aufícul하시는 dûstrahl.